die nächste woche nummer 21 sind da nürnberg bewirbst sich die zehnte nacht ist vorbei und für 27 euro für drei monate die zehnte landen nach der wissenschaft war am 21.05 in nürnberg fürd und erlernen nach zweieinhalb jahren waren die besucher ihnen wieder vor der tür haupt nah an der technik wissenschaft oder den austausch mit den fachkräften wir waren beim jugendmedienzentrum connect und film kunsttheater in der nähe vom aufsehabler in nürnberg im connect wird die stadt fürd in minecraft nachgebaut seit anfang 20 21 sind die mit dabei umzusetzen das hardenberg gymnasium hat den südteil gebaut trickfilm und eine programmieren im theater haben wir die alte kunst der film und theater gesehen die zehnte so und dann kommen wir auch zum ersten thema das 9 euro ticket kommt das hat der bundesrat und tag am verdammten freitag und donnerstag entschieden das ticket ist ab heute in den verkaufsstellen verfügbar online auch seit samstag ab dem ersten juni auch am ticket automat der deutschen bahn das ticket für einen monat und wird für drei monate verfügbar ein pro monat zahlen die 9 euro für drei monate sein die 27 euro mit dem ticket können kann man durch ganz deutschland reisen mit den regional süden ich te und ich sie sind von der sache ausgeschlossen so und somit kommen wir zum nächsten thema der stadtrat beschloss am 8 5 2022 auf eine bewerbung für die 50 jubiläum landesratenschau bayern 20 30 ja nürnberg hat zum 27.5 2022 zeit ihre bewerbung ein an die bayerische landesratenschau dmbh einzureichen im juli wird eine jury die vor ort bedehende gelände anschauen die stadt planen zwei teile der burgraben zu nutzen von hauptbahnhof bis zum playerer und nordwestliche unterhalb der burg die kosten laufen auf ca 46 bis 51 millionen euro die stadt wird mit einem anteil von ca 24 millionen euro sich beteiligen ja das waren die nächste woche 21 mal wieder sehr interessante themen drinnen und wie es weitergeht mitten nach der woche das seht ihr in einer woche schaltet wieder ein schönen tag macht gut schau ja 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 ja